Dass der ausgefunden hat, dass wir doch für die Cops arbeiten. Naja. Palm Harbor Corsway. Zeit. 9.11. Ach, ein Gold, halt, ja. Was willst denn du von mir? Ach, wir sollen ihn rammen. Ah, wir sollen ihn nicht überholen. Das war der erste. Ach, wir... Ah, jetzt verstehe ich es gerade. Ja, 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 ja. Okay. Ich dachte, das wäre ein Highway Battle, aber das ist es keins. Wir sollen den jetzt einfach die ganze Zeit zu rammen. Aber der ist echt... Wenn ich ehrlich bin, ist der nicht wirklich schnell, der Wagen von denen. Der Audi, der hat ja schon ein bisschen mehr Pumps unter der Haube. Und jetzt holen wir uns hin. Nummer zwei. Und den dritten kriegt er jetzt gleich auch noch. Und dann haben wir ihn doch. Ich hätte gedacht... Jetzt muss ich glaube ich noch einen bekommen, dann haben wir ihn doch. Oh, shit. That's it. That's it. Du hast Säck ausgeschaltet. Jetzt kümmere dich um, Hector. Zack. Falle. Eine Triffe hier bekommen. Geld haben wir nix bekommen. Ruf als Fahrrad 23.180. Und zurückpunktetruf 3.220. So, Sekunde. Ich trinke nochmal einen Schluck. Trinken ist immer wichtig. Gut. Geschafft. Fahren wir fort. Jetzt haben wir Säck. Jetzt haben wir Hector angreifen. Gute Sache, wie du Säck hochgenommen hast. Wir haben ihn, aber das eigentliche Ziel ist Hector. Hier ist kein Platz für persönlichbeschüler, Officer. Schalte Hector aus. Sofort. So, und wir sollen als nächstes... ...deinen Bruder Hector ausschalten. Und das... ...werden wir jetzt auch direkt als erstes erledigen. Oder als nächstes. Aber wir haben schon wieder gut was geschafft heute. Die Nummer eins. Die nächste Aufgabe. Gut. Die Nummer eins. Die Nummer eins. Dafür bist du zahlen. Die soll gehen ran. Ähm. Okay. Wir sind nicht alleine. Okay. Er hat seine Kumpanen dabei. Okay. Das war der erste. Nächster Schlag. Die kommen mit dem Regen um ihn gar nicht mehr an. Aber jetzt... Bitte steigt. Also los. Ich bin der Bescheid. Ich bin der Bescheid. So, das war der Nächste. So, und jetzt brauchen wir noch einen und dann haben wir noch einen. Ich glaube, seine Kumpanen helfen da so ein bisschen mit. Ach, der ist er doch schon. Wo ist denn der gute Zack? Abverschmiert der gerade. Oh, tschack! Deine Freunde können dir auch nicht helfen. Oder konnten dir nicht helfen. Du hast Hector ausgeschaltet. Das wird seine Gang schwächen. Schalte sie alle aus. Und ich habe eine neue Trophäe bekommen. Gebietserweiterung. Geld wieder an nichts. Ruf als Pfarrer 23.380. Und Zonpunkt und Ruf 3.650. Und die nächste Trophäe. Hector abgeräumt. Schön. Und wir haben eine neue Videosequenz. Das war eine kurze Videosequenz, weil wir gerade ein neues Gebiet freigeschaltet haben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe den Rest von Hectors Crew aufgespürt. Erledige sie, bevor sie merken, wer du bist und unsere Ermittlungen durchkreuzen. Unsere nächste Aufgabe ist, Hector aufs weitere Crew auszuschalten. Äh, ja, doch. Er war richtig. Gut, Motorenfreak ist die nächste Aufgabe. Ich bin mal gespannt, was es da erwartet. Wahrscheinlich noch ein weiteres Motoren-Update. Hector ist Gangster. Oh, der fett Nebo. Den muss ich nicht haben. Nummer eins. Ich denke mal, die brauchen drei heftige Schläge und dann sind die Wagen hier down. Aber ich wundere mich, dass die nichts mehr abbekommen vom, ähm, wenn die in einem LKW oder so was oder in einem Verkehrer haben. Sehr nice. Das hat mir noch mal geholfen, dass ich denen noch mal noch einen mitzugeben. Mariet fertig. Mach mal. Oh, wo ist er dann? Da ist er dann. Entkommt. Nicht uns. Nicht dem Audi. Die Wagen hier ist echt nicht schlecht, auf alle Fälle. Oh, wow. Den haben wir schön ausgehoben, äh, ausgehoben, ausgehebelt, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, du hast Hector's Gang teilweise ausgeschaltet. Arbeite weiter für deine Sache. Die Operation ist sie hier. Wieder kein Geld. Ruf als Fahrer 24.630 und Zornhunges Ruf 650. Ja, wir sind jetzt aber in etwas über einer halben Stunde Aufnahme. Und, ähm, ja. Wir haben gut ein bisschen was geschafft hier. Gut, welches Teile sind jetzt in Sunset Hills verfügbar? Loco. Wer oder was ist Loco? Wer oder was ist Loco? Ah, das ist der nächste von den Gangstern. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt einfach noch ein paar kleinen Pate. Wir müssen einfach noch einen Pate mit ausschalten. So, das war einer von den Nerven, der uns da eben gerade so ein bisschen Ärger gemacht hat, was er Ärger gemacht hat. Der hat ein bisschen mit uns gespielt, wow. Aber für mich kein großer, kein Problem, äh, um Hector auszuschalten, weil die zwei Aufhärte fällt er nicht. Und, das! Aber noch einen, dann hat man zwei brauchen. Der ist schon sehr widerstandsfähig. Ja, fahr, komm. Da wollte ich ihn schön in die Seite reinsetzen, aber der Wagen ist einfach zu langsam für ihn. Ja, und das war's schon. Der war heftig genug, um ihn auszuschalten, um den Nächsten auszuschalten. Jetzt haben wir Zack, Hector und seine zwei Gangster ausgeschaltet. Du hast Hectors Gang teilweise ausgeschaltet. Arbeite weiter für deine Sache. Die Operation ist sicher. Ruf als Fahrer 26.180. Optionpunkt und Ruf 2.181. Und wir sind gleich schon Level 7, äh, 8. Mit, ähm, Fahrerlevel. Habe schon ein bisschen was geschafft, auf alle Fälle. Hector wusste ganz sicher, dass du kommst. Vielleicht ist unsere Operation verraten worden. Pass auf dich auf. Könnte er da eine undichte Stelle in der Abteilung geben? Okay. Können wir noch einen ausschalten, oder? Oder war, ähm... Was kommt jetzt? Ne, wir sollen einen Rund kurz fahren. Okay, machen wir das. Ja, sorry für diesen langen Ladebildschirm. Schiff, danke dir. Danke für deine Hilfe, dass du mich jetzt als Stopper benutzt hast und damit quasi fast das ganze Rennen zerstört hast. Jetzt habe ich mal, dass ich da noch ein bisschen was aufgeholt bekomme, bis wo wir das jetzt doch wieder neu starten müssen. Leck ist er, aber wir sind ja schon wieder dran, weißt du, dass wir am Ende des Geldes sind. Tatsächlich, den Lambo habe ich doch eben richtig gesehen. Und zack. Von acht auf sechs, auf zwei Sekunden. Ähm. Unter Gefahr. So, und jetzt holen wir uns den nächsten hier vorne. Und dann sieht das doch schon wieder relativ rosig aus. Dann sind wir doch schon wieder der Erste. Also ich... Irgendwie macht mir Audi echt Spaß. Definitiv. Also das ist ein sehr schnelles Auto, schönes Auto. Der Mercedes hier vorne, ne? Oh, der wird, glaube ich, jetzt nicht mehr lange herzter sein. Suchst du ja aus. Und tschüss. Ja, das ist ja am Anfang so aus, als würde man auch mit dem Audi nicht viel schaffen. Aber, ähm. Ja. Ich weiß ja den langen Weg. Ich weiß den langen Weg. Warum mache ich sowas? Boah, da habe ich es mir selber... Boah, ich kann es sagen. Drei von drei. Ich habe nämlich nicht auf die Rundenzeit am Anfang gedacht. Scheiße, zwei Runden. Der hat uns. Obwohl die Strecke eigentlich relativ einfach ist. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir dem wieder hier vorbeikommen. Warum bin ich da eben den langen Weg gefahren? Warum bin ich da nicht den kurzen einfach außen... Äh, innen ruhig. So, jetzt könnte man ein bisschen konzentrieren. Ein bisschen weniger quatschen. Weil ich will das Rennen hier auch beim ersten Mal direkt gewinnen. Und, boah. Fahren wir jetzt diesmal den... Schön. Da haben sich zwei Autos gedreht. Und da dürfte der Weg jetzt für uns frei sein. Ja, ich sag ja, der Audi, der macht echt Spaß. Auf jeden Fall. Sondern ich habe mich am Anfang so aus, dass wir damit auch nicht viel auf die Ketten bekommen. Aber jetzt... Rock dat Ding. Und zack. Na, Dominanz war es leider nicht. Aber das ist egal. Ich mache es nicht nochmal neu. 3,23, 7,7 unsere Zeit. Dominanz wäre 3,10 oder knapp 3,11 gewesen. Geld 6,720. Ruf als Fahrer 16,090. Zonenpunkt und Ruf 4,090. Okay. Der Wagen klebt irgendwo da an der Wand. Aber das ist auch ziemlich egal gerade. Oh, der Ausbau fängt rechts ein bisschen rum. Aber gut. Diamond at Eastside Rundkurs. Machen wir hier weiter mit dem Rundkurs. Boah, gut. Zumindest mal wieder so ein bisschen... Ein bisschen Action noch. Ah, der war auch schon fies. Der ging auch schon direkt auf die Bremse. Der wurde ja, lass den Chef mal durchfahren. Und ich würde nur sagen... Oh. 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 Okay. Krüsch, krüsch. Der braucht gar nichts anzukommen. Oh, 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 oh. Boah. Es war irgendwie klar, dass doch noch einer Ruhons reinfährt ins Auto. So, mal gucken, dass wir wieder... Jetzt vorne ein bisschen rankrutschen. Ah, den Tunnel kennen wir doch. Und den Porsche hier vorne auch. Oh. Oh. Über 8 Sekunden ist schon eine heftige Strömung. Boah. Jetzt hoffe ich, dass ich... Habt ihr das gesehen, dass der gerade da abgeflogen ist? Oh. 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 Danke. Dass du dann doch so lange brauchst. Gut, ich glaube, das ist nicht unsere Strecke. Wir sind aktuell 6 da und... Äh... Nach vorne geht, glaube ich, gar nichts mehr. Ne. Also nicht mit einer Zeit von 1,52. Gut. Dann würde ich sagen, das beenden wir gerade hier. Ähm... Da fehlt jetzt, glaube ich, noch ein bisschen was. Und dann gucken wir mal, ob die schon die Links freigeschnechtet haben. Äh, da immer den Easter, das ist ja genau die gleiche Strecke. Und dann gehen wir mal gerade kurz in die Garage. Gucken, ob wir den zweiten Teil freigeschaltet bekommen. Oder... Die zweiten, äh... Fahrzeugteile freigeschaltet bekommen. Allein wegen der Leistung. Und sonst würden wir mit denen ja gar nicht mitkommen. Äh... Leistung. Na, nicht Optik. Wo nimmst du den nicht mit? Schnell Upgrade. Power. Ah, jetzt sind sie verfügbar. Jetzt sind sie verfügbar tatsächlich. Nachdem wir jetzt tatsächlich die Säcke und so ausgeschaltet haben. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das mit. Und dann... Haben wir zwar noch 9000. Aber wir können ja schon gleich weitermachen hier. Und zwar... 50.000 brauchen wir. Alter Schwede. Garage. Gucken wir mal, ob wir verkaufen können. Ja, den Mazda werden wir auf alle Fälle verkaufen. Und dann werden wir da den Audi nehmen. Dann haben wir wieder ein bisschen was dazugekriegt an Geld. Leistung. Schnell Upgrade. Schnell mal, was will er denn gerade hier. Upgrade Pakete. Motor. Nitro. Ja, da müssen wir es ein bisschen billiger machen können. Tatsächlich. Tue ich mir schon mal ein bisschen was einbauen. Nämlich das Nitro. Gucken, was der Motor kostet. Der kostet 5000 noch. Fahrwerk. Drin. Okay. Antriebsstrang. Kostet auch 15.000. Bremsen. Ist drin. Reifen. Ist drin. Gut. Tatsächlich. Ja, gut. Dann gucke ich, was jetzt... Durch das Nitro Upgrade. Wie schnell das jetzt hochgegangen sein dürfte. Mal gucken. Immer noch 59.000. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wäre jetzt weniger gewesen. Aber gut. Dann brauchen wir halt 52.000. Hier jetzt noch. Um... Um das nächste Teil... Äh, links freizustellen. Aber wir haben zumindest mal schon mal das zweite Teil Nitro.